MMMM, MEDAL-Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um Porn-Werbung auf YouTube. Es ist zwar seit einer Weile ein halbwegs großes Thema, aber ich krieg mittlerweile so viel fucking Porn-Werbung. Ich werd hier mal einen Screenshot von einer davon einblenden, wo ich halt müsslich sehen kann, hey, dafür werd ich höchstwahrscheinlich nicht runtergenommen, weil zum Teil einfach straight up porn da kommt, aber halt irgendwie mit irgendwelchen Farbkorrekturscheiß drüber, damit der Algorithmus es nicht erkennt. Also, es ist zum Teil wirklich straight up porn, was da einfach in der Werbung gezeigt wird. Ja, und in unserem Titel ist da irgendwie so, komm jetzt rein für dein ein-tickiges Treffen, nur über 18. So, ist mittlerweile Google einfach so komplett mad geworden. So, denken die wirklich, ja, das ist positiv, wenn wir einfach Porn-Werbung erlauben. So, fucking crazy, aber hey. So, ist ja nicht so, als würde dadurch irgendwie wahrscheinlich bald ein neuer Apocalypse kommen. Wenn das Video raus ist, ist es vielleicht sogar schon passiert. Also, hey, ihr habt das zuerst oder zuletzt gehört, je nachdem. Na dann, ich wollt einfach nur kurz drüber reden. Danke fürs Zuhören, du bist cool. Na, denk dran, bleib toxisch, de-abonnier mich, dislike mich, ent-bill-saffigte Gauke und jetzt... Also, wenn du bist, dann geht's, 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 dann geht's Vielen Dank.